Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der diesjährigen Charge der Golden Spyder. Das hier ist also die brandneue Charge. Die Batterie kam letztes Jahr, also 2021, schon raus. Und das ist jetzt die neue. Was ist hieran anders? Es musste die Fabrik gewechselt werden. Und jetzt ist die Frage, ob diese Batterie genauso überragend ist wie die Version aus dem letzten Jahr. Letztes Jahr war das Gold ja funke-like, also einfach nur geil. So, ich würde sagen, ich labere nicht weiter drumherum. Viel Spaß bei dem Test. Ach übrigens, genau, bei Pyrodimensionen gibt es die zu kaufen. Alle meine Kanalmitglieder kriegen dort 10%. Jetzt viel Spaß bei der Zündung. Golden Spyder aktuelle Charge. Jawohl, schick.